Randvoll mit Musik zog München Besucher aus allen Himmelsrichtungen in die Bars, Cafés und Kulturzentren der Stadt. Zum 18. Mal machte die lange Nacht der Musik ordentlich Stimmung. Eine Stadt, eine Nacht und 400 Konzerte. Wir haben über 100 Spielorte, von daher sind alles Highlights. Wir haben Klassik dabei, Kirchen dabei, Jazz, Keller, Rock, Schuppen kann man schon fast sagen. Momentan sind wir hier im Künstlerhaus, das ist eine der Attraktionen. Aber natürlich der Gasteig zieht am meisten Menschen. Da sind alleine 25 verschiedene Bands auf den verschiedenen Sälen. Also das ist schon an sich eine Nacht alleine wert. Die große Faszination an der langen Nacht der Musik ist, dass es über 400 Live-Bands zu erleben gilt. Die kann man natürlich nicht alle in den Stunden hineinziehen sozusagen, aber sie können diese Stadt neu entdecken. Auf musikalische Erkundungsreise zogen tausende Menschen durch die Straßen. Das facettenreiche Programm kam auch bei den Besuchern sehr gut an. Spannend, vielfältig und... Das ist unser erstes Mal bei der langen Nacht. Obwohl ich aus München komme und schon lange hier wohne, aber heute haben wir gesagt, heute packen wir es, heute gehen wir her und bin begeistert. Der Reiz an der langen Nacht der Musik für mich ist, dass ich für 15 Euro sozusagen ganz verschiedene Konzerte sehen kann, obwohl ich sonst für ein Konzert vielleicht 20 Euro ausgeben würde und nur ein Stil höre. Abgesehen von den experimentierfreudigen Besuchern ist die lange Nacht der Musik auch für Veranstalter und Musiker eine tolle Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und neues Publikum zu erreichen. Ich bitte den Besuchern, Dinge zu erforschen, Dinge neu zu erleben, die sie vielleicht noch nicht kennen. Und deswegen nehmen wir seit Jahren teil an der langen Nacht, um auch zu zeigen, neue Tanzrichtungen, neue Musikrichtungen, wie gerade Zumba. Wir haben jemanden aus Amerika da, der bei uns Zumba macht. Also für uns jetzt speziell springt hier sehr viel Laufmannschaft raus. Open Air ist immer gut für viele Leute erreichen, für neue Leute erreichen. Und lange Nacht der Musik ist so eine Institution in München. Da muss man einfach dabei sein. Das macht einfach auch Spaß. Das ist super. Schon jetzt beginnt wieder die Planung für die nächste lange Nacht der Musik. Dann können die Münchner am 28. April 2018 erneut den süßen Klängen von zahlreichen Bands lauschen.